Ich brauche deine Hilfe. Nur deine, du darfst nochmal nichts sagen. Das geht nicht. Deine Mutter nicht. Ihr trennt euch. Ruhe und Abgeschiedenheit mit meinem Laptop in einem Hotel am Meer. Was ist so dramatisch daran? Wir wissen, Leute, hier ist unwohl bei dem Gedanken, dass Totschläger und Intensivstraftäter zwischen uns leben. Das sind keine Kids. Das sind Schwerverbrecher. Ja, ist ungültig. Hören Sie, es hat sich kurzfristig ergeben, dass ich heute die Insel verlassen muss, wenn ich erst übermorgen bin. Entweder diejenigen, die auf dem Boot waren, melden sich direkt bei mir, oder ihr zieht jetzt alle eure Schuhe aus und gebt sie bei mir ab. Diese Blutung und der ganze Scheiß. Der Duffberg wird im Netz genau so beschrieben. Ja, du liest es einfach zu kriegen. Was ist, wenn wir uns auch angesteckt haben? Diesmal handelt es sich wohl um den Sehstamm des Virus, einen der aggressivsten der 9 von 10 infizierten Tüte. Ula hat aus deiner Sportflasche getrunken. Die Ergebnisse sind da. Influenza columbidae. Es ist die Taubengritte. Einer von den Jungs in der Klinik ist tot. Bei Evelyn wurde eine Mutation der Taubeninfluenza festgestellt. Wir müssen sie sofort auf eine Isolierstation fliegen. Denn im Glut liegt vielleicht der Schlüssel zur Rettung vieler Menschen. Wisst ihr, wer das Virus auf der Insel verbreitet? Das Knacken-Pack. Das Pack muss runter von Schlürrworn. Hinten im Mund, na? Hinten im Mund! Hinten im Mund! Hinten im Mund! Wir müssen da auch eine Künstler-Pack in den Künstlerbotschregen durchführen. Und dann ist es so, dass die Schäufe zu verhindern. Der Wind ist über die gesamte Insel eine Ausgangssperre verhängt. Entschuldigung. Wie soll ich denn solche Maßnahmen durchsetzen? Sie werden bestimmt nicht freiwillig... Sie werden Verstärkung erhalten? Von Ihnen! Von der Bundeswehr! Komm, schießt euch immer noch mal! Wir können ja nicht einfach auf Zivilisten schießen! Wir haben irgendwas gemacht, vielleicht Experimente oder ich... Ich weiß nicht. Freundschafts ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber die sterben da! Wieso glaubst du mir nicht? Weil ich für die Arbeit arbeite. Ich weiß nicht.